Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe gestern ein Paket gekriegt, ich habe es schon ausgepackt. Also nicht richtig ausgepackt, nur das ausgepackt. Und dazu machen wir jetzt das Unboxing. Hardware Check mache ich heute nicht, weil es ist Sonntag, das mache ich dann morgen, Montag oder Dienstag, je nachdem wie ich es mit der Zeit schaffe, weil ich noch ein paar Termine habe. Aber das Unboxing wollte ich unbedingt schon vorher raus klatschen. Und wie gesagt, ich schließe es ja mit euch das erste Mal an. Ich werde es jetzt auch nicht anschließen oder irgendwas dergleichen. Das machen wir dann alles schön zusammen. Und hier könnt ihr mal sehen, Uncorey, so sieht es aus. Das ist der lange versprochene Sat-Receiver auf Android-Basis. Und da seht ihr auch, was der alles hat. Der hat Netflix, der hat Kodi, YouTube, Google Play, hat er auch. Das ist richtig geil. Amazon, Spotify, Tumble, Tumble, was heißt das da? Tunnel. Ach, das ist diese Radio-App. Die habe ich mir jetzt vor kurzem auch bei meiner Fire-TV-Box installiert. Die ist ganz gut. Facebook und Opera ist auch mit drauf. Hier auf der anderen Seite ist nochmal das Gleiche. Und das ist eine Android 4K, also nicht Android-Box an sich, sondern ein Android-Sat-Receiver 4K. So, ich lese euch jetzt mal so ein paar Daten vor. Also hier ist Android 6.0 drauf. Das ist geil. Ein Amlogic S905D. Chipsatz ist drin. Quad-Core Cortex A53 mit 2,0 GHz CPU. Boah, das ist schon mal was jutet. Ich habe, was hat meine Android-Box? Die hat Glocke, die hat nicht mal so viel GHz und so schnell. Wir haben zwei Gigabyte RAM drin. DDR3-RAM. Mali 450 Panther-Core CPU. Also ein Panther-Core CPU ist hier drin. 8 Gigabyte EMMC Flash. Das ist der interne Speicher, denke ich mal. Oder haben wir noch mehr aufgelistet? Nee. Interne Speicher, 8 Gigabyte für das Betriebssystem und so. Na gut, man kann USB ranmachen. Also da vielleicht ein bisschen mehr. Ich will jetzt nicht mehr zu weit aus Fenster lehnen. Aber 8 Gigabyte müssen wir mal gucken, wie sich das dann im kompletten Modus verhält, wenn wir es angeschlossen haben. 8 Gigabyte für das Betriebssystem reicht Sticker aus und ein paar kleine Sachen. Und dann vielleicht erweitern durch eine Festplatte oder Stick und da die anderen Apps draufmachen oder so. Da muss ich dann mal gucken, wie sich das auswirkt. Obwohl, wenn ich da gucke, meine Android, meine Fire TV-Box, die hat gerade mal 5 Gigabyte RAM. 5 Gigabyte RAM, ja. Und die funktioniert auch super. Also von daher, eigentlich dürfte da keine Probleme gehen, rein theoretisch. einmal DVBS und DVBS 2 Input, einmal HDMI 2.0 Input 2.0. Das ist gut. Das ist verdammt gut. Weil 4K geht nicht unter HDMI 2.0. Und dann ein Micro SD ist mit bei. Also ein Anschluss Micro SD und 2 mal USB 2.0 ist mit bei. Also als Anschluss. Dann halt nochmal der Stromanschluss DC 12 Volt Schrägstrich 1,5 Ampere. Wifi hat er auch. Im 2 und im 5 Gigahertz. Alter, das ist doch geil. Im 2 und im 5,0 Gigahertz. Das ist richtig geil. Bluetooth 4.0, Eternal 100 Megapixel, MBPS. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die er wiedergeben kann. MKV, was natürlich richtig geil ist. Jeder weiß warum. WMV, MPEG, also MPG und MPEG, DAT, also DAT, AVI, MOV, also MOV, ISO, MP4, RM, Format kenne ich selber, nicht mehr RM, JPEG, BMP, sind die animierten, sind auch Bilder und GIF sind die animierten Bilder. Dann nochmal MPEG, AAC, HE, AAC, OGG, OGA, FLAC, ALAC, APE, M4A, M4A, ich glaube das macht meine Kämmen, RM, MPEG-1, Layer 1, Layer 1, Schrägstrich 2, MPEG-2, achso die gehört zusammen, MPEG-1, Layer 1 und Layer 2 und MPEG-2, Layer 2, Dolby Digital, Schrägstrich Plus, Also Dolby Plus auch Dimension, achso, das ist dann denke ich mal die Maße, 160 x 118 x 30 mm. Jo, das sind so die Daten. Falls ihr hier den Strichcode, wartet mal, ich halte das mal so still, ich mach das mal so nah ran. Ich hoffe, das pegelt sich gleich ein, die Kamera. Da könnt ihr das auch scannen, einfach Pause machen und dann könnt ihr mit eurem Handy scannen und kommt da drauf. Und hier vorne haben wir dann auch nochmal die wichtigsten Daten, also ein Android-Manage-Kicken, weil Android ist und da steht dann auch Android 6.0 drauf. DVB-S2, 2 GHz DDR3 RAM, Dual-Band-WLAN, 4K Ultra-HD, kann ich euch zeigen, da. Dann Bluetooth 4.0, H.265HVC-Codec ist mit drin, richtig geil. Und Dolby Digital bzw. Dolby Digital Plus. So, aber jetzt kommen wir eigentlich mal zum richtigen Unboxing. Wir packen das jetzt mal ganz hier schmeidig aus. Also da wird es jetzt auch mehrere Videos geben. Einmal logischerweise das Anschließvideo, wenn wir es anschließen, dann werde ich das auch noch ein bisschen bearbeiten, da werde ich ein Video zu machen. Dann natürlich mein Fazit-Video, wenn ich den eine Weile getestet habe, werde ich auch ein Video zu machen, logischerweise. Und ich denke mal, ich werde vielleicht auch Kodi, die hier nochmal komplett neu einrichten, weil hier ist Kodi 17 wohl drauf. So, dann haben wir einmal eine Karte, Name, Seriennummer, Date, Rentry-Karte. Also da haben wir die mit bei. Dann haben wir Remote-Controls. Da haben wir dann eine IR-Remote. Ich weiß nicht, ob die jetzt drin ist. Ah, da gibt es auch eine App für iOS und Android. Die heißt NIS-TV-App. Die kann ich euch mal da zeigen. Und dann könnt ihr das Ganze über euer Handy bedienen. So, wir haben, ach so, wenn wir das einstellen, gleich sehe ich hier nämlich gerade ein Bild vom Startbildschirm. Wir haben die Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Türkisch und Russisch zur Auswahl. Und links und rechts sind auch Pfeiler. Also denke ich mal, werden auch andere Sprachen zur Auswahl sein. Hier ist jetzt alles erstmal in Englisch in diesem Heft. Wir haben eine Fernbedienung. Doch, das ist diese Fernbedienung. Wir haben den Receiver mit bei. Wir haben ein Kabel mit bei. Ein Guide. Hier sind auch die Anschlüsse alle erklärt. Aber ich denke mal, da wird auch noch ein anderes Heft. Ja, hier. Das ist in Deutsch. Das ist auch was länger. Also so die Benutzeroberfläche, was ich jetzt so das erste Bild gesehen habe, sah schon mal echt geil aus. Kann ich euch ja mal einen kleinen Vorgeschmack geben. Wie gesagt, ich werde das auch nicht heute schon anschließen. Das mache ich morgen alles mit euch. So sieht die Benutzeroberfläche aus. Ich denke mal, hinten das lila in der Kamera kann man dann auch noch wegmachen. Durch ein anderes Bild austauschen oder so. Hoffe ich jedenfalls. Aber so vom Aufbau des Menüs, gefällt mir das schon mal sehr gut. So, dann haben wir einmal die Box. Dann haben wir die Kabel. So. Und wir haben die Fernbedienung. Und ich weiß vom Hersteller, wie gesagt, ich habe sie zur Verfügung gestellt bekommen, um sie euch zu zeigen und um sie auch zu testen. Also für beides habe ich sie bekommen, wie ich jetzt damit zufrieden bin. Ich darf auch meine ehrliche Meinung sagen. Also wie gesagt, es ist nicht gekauft oder so. Meine ehrliche Meinung. Und was ich euch ans Herz legen kann, wenn euch die gefallen sollte nach meinen Videos. Es gibt sie momentan nur in beschränkter Stückzahl in Deutschland beim Hersteller, weil der Hersteller auf Qualität achten möchte. Und da möchte er halt nicht, dass irgendwie Massenware, dass es dann halt irgendwie in die Rede dazukommt, was halt kacke läuft dann oder so. Deswegen gibt es diese erst mal nur in beschränkter Stückzahl. So, Batterien sind nicht mit bei. Die Fernbedienung gefällt mir. Die gefällt mir. Also da können, also besser als bei den meisten Android-Boxen. Die ist schön groß, die liegt gut in der Hand. Wir haben hier ein Haus-Symbol, wie wir es von Fire TV kennen. Wir haben links, rechts, oben, unten. Ja, die Zahlen sind gut zu erkennen. Audio, Play Store. Ach, wir haben so eine extra Taste für Play Store. Das ist geil. Da kommen wir dann die, eine extra Taste für YouTube haben wir auch. Ich weiß nicht, seht ihr das vielleicht? Da YouTube und da ist der Play Store. Dann haben wir TV, App, Audio. Also Audio, denke ich mal, wird die Audio-Einstellung sein, dass wir da schnell hinkommen. TV wird die TV-Einstellung sein, dass wir die Grafik einstellen können. Und Apps, da kommen wir, also APP, da werden wir, denke ich mal, zu den App. Also unseren Apps kommen. Dann haben wir ein EPG, schön groß. Einen EPG-Knopf haben wir. Info, Schleife, Zurück, Home. Ich denke mal, das wird Menü sein. Dann haben wir hier Volume, Minus und Plus. Page, Plus und Minus. Das werden dann die Programme sein. Dann haben wir Vor-Zurück-Spulen. Vor- und Zurück-Machen. Dann haben wir Play, Pause, Stopp, Aufnahme. FAV könnte aber auch Favorit sein. Ja, das muss ich dann gucken. Und dann haben wir hier einen Maus-Knopf. Also ich denke mal, wenn wir den Maus-Knopf drücken, dann werden wir dann so eine kleine Maus angezeigt kriegen haben. Wie so bei den Android-Boxen. Und das ist der Aufnahme-Knopf. Ich denke mal, da können wir den aufnehmen, wenn wir einen externen Speicher anschließen. Oder, dass das die Favoriten-Knopf ist, weil da steht FAV. Ach nee, das ist bei F4. Das ist bei F4. F4 ist FAV. F3 ist Text. F2 ist nichts. Da steht nichts. F1 ist Find. Dann haben wir hier nochmal Rot, Grün, Gelb, Blau. Rot ist Subt. Also ich denke mal, das werden die Untertitel sein. Und Aspekt ist Grün. Also so vom Aufbau finde ich die Fernbedienung jetzt schon mal echt gut. Also wenn ich mir überlege, meine Android-Boxen, die ich getestet habe, mit diesen kleinen Fernbedienungen. Und hier, die liegt wirklich gut in der Hand. Wir kommen gleich an den Home-Knopf. Was für Batterien kommen rein? Die kleinen, so wie es aussieht. Was kommt da rein? 1,5 Volt DC. Dreifach A. Also Dreifach A-Batterien kommen da rein. So. Also das finde ich schon mal sehr gut. So. Dann haben wir hier natürlich einen Strom. Der ist auch sehr dick. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie lang der ist. Ob der auch lang genug ist. Der ist etwas länger als mein Tisch. Also ein bisschen über einen Meter ist der. Ein bisschen über einen Meter. Jetzt mache ich das mal wieder zu. Weil einige haben ja manchmal, also ich hatte auch schon eine Android-Box beim Kumpel gesehen. Da war, also nicht Receiver, sondern richtig Android-Box. Da war nur so ein ganz fitzeliger Stromkabel mit bei. Da muss die Steckdose direkt so fast, direkt neben der Android-Box sein. Also das fand ich ehrlich gesagt nicht so toll. Aber hier haben wir einen schönen langen Kabel. Dass wir das auch schön verstecken können. Dass wir das halt in die Steckdose machen können. Und die Box vorne im Regal und dann halt schön den Kabel verstecken können. Also jetzt kommen wir zur Box. Die ist kleiner als ich gedacht habe. Oh, mit Klavierlack. Oh, geil. Mit Klavierlack. Die ist wirklich kleiner als ich gedacht habe. Hier haben wir, ach, wir haben hier so noch ein CA. Hier können wir das CA-Modul reinmachen. So eine CA-Karte. Seht ihr das? Also so ein CA für die Leute, die es nicht wissen, ist wie so eine Telefonkarte. Also ist so eine Plastikkarte. Sieht aus wie eine Telefonkarte für, was weiß ich, was gibt es da? Sky hat so eine Karten. Freenet-TV, um jetzt die HD-Sender zu haben. Und was waren noch? Ja, und die normalen, also Freenet-TV ist ja für normal DBVT und für DBVS, also Satellit, gibt es ja diese HD-Karten von RTL. Und die können wir dann da reinmachen. So, dann haben wir auf der, oh, geil, auf der Unterseite haben wir sogar hier, seht ihr das? Metall, wir können praktisch die Box auch so an die Wand hängen, hinterm Fernseh, neben dem Fernseh. Okay, das ist geil. Oder wenn euer Fernseh die Vorrichtung hat. Manche Fernseher haben ja die Vorrichtung, dass man hinten so kleine Schäubchen reinschrauben kann. Und da könntet ihr praktisch dann die Android-Box so reinhängen. Ja, und dann habt ihr praktisch, gehen hier unten, gehen hier um die Kabel rein. Und dann hängt die hinten am Fernseh dran. Dann habt ihr sie nicht unten irgendwo stehen, dann habt ihr sie hinten am Fernseh dran. So. Auch hier schön viele Luftschlitze. Auch oben haben wir jetzt hier viele Luftschlitze. Und auch an der Seite, ich mach die mal auf die andere Seite auch nochmal. Und das ist dafür da, dass hier kein Lüfter drin muss. Dass die praktisch indirekt, also dass die Bauteile, die hier drin sind, indirekt belüftet werden. Also praktisch die Lüft hier durch die Löcher ziehen, sonst hätte ein Lüfter drin gemusst. Und jeder, der einen PC hat, will das Lüfter auch mal laut sein können. Also ich kann euch da von Satelliten-Receavern erzählen, von Freunden, die ich kenne, die keine indirekte, also ich hab immer bei meinen drauf geachtet, dass die eine indirekte Belüftung haben. Ich kenne aber auch welche halt, die haben keine indirekte Belüftung. Die haben dann hinten so einen Lüfter dran, so einen großen. Ja. Ja. Kann ich auch leider nichts Positive dazu sagen. Stellt euch die PlayStation 4 vor, das erste Modell. Also die Laute. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dass oben die Luftschlitze verstopft sind. Dann kommt da so in etwa an den Sound dran, was diese Receiver von sich geben. Und was ich natürlich geil finde, dieses Spiel mit dem Klavierlack. Hier oben Klavierlack, geht dann hier durch. Hier auch Klavierlack, hier sind die Lüftungen. Denn hier vorne auch schön Klavierlack. Da steht nochmal die Firma. Da ist ein USB. Wie gesagt, hier haben wir die SD-Karte. Auf der Seite haben wir auch indirekte Belüftung. Und auf der Rückseite haben wir, ich fange mal hier ganz an, hier haben wir den Stromanschluss. Hier haben wir nochmal einen USB-Anschluss. Hier haben wir eine Mikro. Ach Quatsch, das ist die MikroSD. Dann hat die wohl intern mehr Speicher und kann durch eine MikroSD. EMCC Flash, 8 GB da. Dann kann die durch eine 8 GB Flash noch erweitert werden. Ach so läuft das. Dann müssen wir mal gucken, was die intern für Arbeitsspeicher, ach Quatsch, RAM-Speicher hat. Dann können wir das hier praktisch erweitern. Und ich habe noch eine 8 GB da, das passt. Die kann ich dann rin klatschen. So, dann haben wir hier HDMI 2.0. Da ist der LAN-Anschluss. Und hier ist der Anschluss zum Ranschrauben vom Satelliten. Also praktisch, was aus der Dose kommt. Das ist echt kleiner, als ich gedacht habe. Ich weiß auch nicht, ob jetzt hier vorne noch irgendwo was angezeigt wird. Da lassen wir uns dann einfach mal überraschen, würde ich sagen. Ich bin echt so schon vom Optischen, finde ich so gut. Passt super zu meinem Fire-TV daneben. Nimmt nicht viel Platz weg. Ich packe das jetzt erstmal alles wieder ein. Da deckt das dann morgen, oder ich muss gucken, wie ich es schaffe, zeitlich mit euch alles. Die Tüten lasse ich weg. Ich muss gucken, wie ich es zeitlich schaffe, dass ich das dann morgen mit dem Video mache. Ich bin da nämlich megamäßig gespannt drauf, wie die sein wird jetzt. Achso, muss ich hier oben machen. So, zack. Und die Kabeleiher. Ich stehe total auf Android. Also da könnt ihr mich für angucken. Ich stehe auf Android. Android ist ein geiles Betriebssystem. Ich bin davon begeistert. Hat mich noch nicht im Stich gelassen. Und ich warte schon drauf, dass es die ersten Android-PCs geben wird. Wenn sie da natürlich richtig machen und Android-PCs rausbringen, beziehungsweise Laptops, auch große, womit ich dann arbeiten kann. Und da dann halt auch vernünftig Arbeitsspeichern. Arbeitsspeicher einen richtig kleinen, knackigen Prozessor, weil Android frisst nicht viel. Wenn man da zum Beispiel einen i7-Prozessor als Beispiel drin klatscht. Von der Leistung her. Da das Ding schnuckelt wie Sau. Richtig fetten Arbeitsspeicher rein. Und nicht so viele Standardprogramme, die installiert sind. Weil Android kommt manchmal mit vielen Sachen daher. Wenn wir auch gucken, was hier standardmäßig drauf ist, was ein bisschen nervt. Kennt jeder, der ein Android-Handy hat. Aber dann würde ich so ja beim PC auf Android umsteigen. Denke ich mal ganz stark. So. Wenn das auch alles vernünftig läuft. Das werde ich jetzt hier hinlegen. Das werden wir uns dann morgen zu Gemüte tun. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Und könnt dann ja einen Daumen oben da lassen. Oder hier ist irgendwo der Abonnier-Button. Vielleicht lade ich das auch schon vorher hoch. Ich muss erstmal noch die Thumbnails dafür machen. Vielleicht lade ich das schon vorher hoch als kleine Schmankerl für euch. Sozusagen. Also wenn ihr das jetzt gesehen habt und das andere erst einen Tag später oder zwei Tage später kommt, dann habe ich das vorher hochgeladen. So. Aber nichtsdestotrotz. Ich verabschiede mich. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ein Daumen oben wäre nicht schlecht. Hier unten irgendwo ist der Abonnier-Button. Ich werde euch auch hier noch links, rechts drei, vier Videos rin... Ne, drei kann ich nur. Drei Videos rin klatschen, die vielleicht für euch sehr interessant sind. Wir werden dazu richtig viele Videos machen. Also Hardware. Ich wiederhole nochmal. Hardware. Machen wir. Wir machen Hardware-Check, wenn ich das eine Weile getestet habe. Wir werden Kodi auf Herz und Nieren prüfen. Wir werden da Kodi nochmal erweitern mit ein paar Erweiterungen. Wir werden die ganze Software von dem Receiver werden wir auch noch ein bisschen erweitern. Da will ich noch nicht zu viel versprechen. Da werdet ihr euren Spaß dran haben für die Leute, die meine Kodi-Videos gesehen haben. Zum Beispiel One, 24, 24, 15 und die anderen, wo man so Programme gucken kann, das braucht er denn sozusagen bei eurem Kodi denn nicht mehr, wenn ihr diese Box habt. Und natürlich eine Satelliten-Schüssel habt. Aber ich will halt nicht zu viel versprechen. Ich bin dann erstmal weg. Wie gesagt, irgendwo ist hier Abonnier-Button. Ein Daumen hoch wäre nicht schlecht und die Videos könnt ihr auch mal checken. Ahoi. Sagt euer Odin.